Moment, hallo und willkommen zu King's Hair, Rise of the Throne oder Langliebe der König. Ich muss jetzt mal gucken, was ich hier... Was ich kann nicht glauben, dass Vater es geschafft hat, diesen Raum für all die Jahre... Diesen Raum für all die Jahre geheim zu halten. Oh, doch mal richtig. Okay. Was haben wir hier? Erstens ist Kleber im Topf. Kann ich den gebrauchen? Mein lieber William, seit der Nacht, als du Randles zu mir gebracht hast, habe ich Informationen gesammelt, um seinen Erbeinspruch zu belegen. Alles ist hinter dem Familiennamen verschlossen. Wenn mein Vater an Duke William glaubt, gibt es keinen Grund, ihm zu misstrauen. Okay, hier. Das nehmen wir alles mit. Den Kleber weiß ich noch nicht genau. Erstens ist Kleber im Topf. Können wir den Kleber gebrauchen? Tor-Ornament, Ritter, Bürste. Tja, keine Ahnung. Brauche ich noch irgendwas? Ich habe das Gefühl, ich brauche noch irgendwas hier. Der Wagen ist noch da. Ich fürchte, es sind noch mehr Wachen in der Nähe. Kann ich hier irgendwas kleben? Kleber im Topf. Ansonsten ist hier nichts mehr, oder? Taucht hier noch irgendwas auf? Ich habe immer die Befürchtung, ich übersehe wieder irgendwas und dann stehe ich da. Sie werden dafür bezahlen. Ich versuche dir, Vater. Hm, okay. Wenn du etwas Lohnenswertes findest, komm zu mir zurück. Etwas Lohnenswertes. Ein Tor-Ornament? Nee. Das Buch hier. Ach du meine Güte. Okay. Wir müssen eine Rose finden. Ein Blatt. Ist das ein Blatt hier? Dann eine andere Blume. Sieht auch wieder aus, wie eine Rose, aber eine andere Sorte, ne? Die werden grün, okay. Dann brauche ich noch zwei Sachen. Muss ich die hier finden? Da ist noch was. Und... Wo ist das letzte Stück? Randalls Mutter, Rose, passierte, während er Geburtstag gab. Die Nacht habe ich ihn mit mir genommen, aber ich wusste, dass ich ihn nie kenne. Okay. Er hat die sozusagen mitgenommen. Jetzt müssen wir neue Teile finden. Wappenteile sozusagen. Hier und hier und da. Und da. There was only one person I knew I could trust. So I brought him to your father. Conveniently, you were being born at exactly that moment. Okay. Wir wurden also gleichzeitig, oder fast gleichzeitig geboren. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen das hier, das hier, das da. Nee, die brauchen wir nicht. Wir brauchen diese Verschnörkelungen hier, okay. Das und das. Und dann brauchen wir noch eine Fahne. Wo ist denn die Fahne? Ist die irgendwo in den Verschnörkelungen drinne? Da. Da. Okay. Jetzt brauchen wir die anderen Teile. Das hier. Okay. Das brauchen wir auch noch. Das Teil. Das Teil. Wir müssen jetzt eine Krone finden? Okay. Ich bin gespannt. Eine Handflächenscheibe. Wofür brauche ich die? Weiß ich noch nicht. Muss ich hier noch was finden? Ja, ich muss hier noch was finden. Okay. Kann ich noch irgendwas drücken? Irgendwas benutzen? Uff, das habe ich nicht gesehen. Er hat bekommen, was er verdient hat. Glücklicherweise kam Duke William im richtigen Moment. Den hat es zerrissen. Was ist das hier? Sie brauchen eine Schriftrollendekoration. Kann ich das Zeug leben? Und nein, sie haben Renl gefangen. Wir haben dich endlich getroffen, du verbringst! Sehr schlecht, dass du nicht da bist, um deinen Bruder zu hängen zu sehen. Gut gemacht, Badrick. Du hast alle unsere Feind. Danke, Frau Schäuze. Ich meine, Frau. Ich werde das gleich aufhören. Nein, ich will, ihn zu füllen. Gehe ihn zur Tauern. Ich werde dich dort treffen. Sie haben Randall gebeten. Sie haben ihn zur Tauern gebeten. Dann lassen wir uns Haste machen. Okay, dann auf zum Gefängniswagen. Er macht sich vor Maka und wieder hinterher. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wahrscheinlich schon. Ich muss dem Wagen folgen. Renl ist in Gefahr. Oh. Aber sie haben eine Spur hinterlassen. Ich gucke gerade, ob ich noch was finde hier. Wahrscheinlich ploppt wieder irgendwas auf und ich sehe es wieder nicht. Da oben. Siehst du, ich wusste es doch. Ich muss dem Wagen folgen. Ja, okay. Können wir machen. Okay, da wird es schwieriger. Okay. Dann sehen wir uns am Friedhof wieder. Was haben wir hier? Das Ruhand wird nicht freiwillig gehen. Ich muss es mit etwas Essen bestechen. Okay. Ich muss mal gucken. Hm. Da ist noch ein Adlerkopf drauf. Da gehört ein Schwert rein. Es sieht so aus, als hätte jemand das Schwert aus dem Stein gezogen. Ja, Farbe. Ein Teller, der so schmutzig ist, wird nicht viel nützen. Ich muss ihn sauber machen. Der Brunnen ist nicht komplett ohne den dritten Krug. Hm. Okay. Es ist mit einem Schädelschmuck verschlossen. Wie passend. Schädelschmuck. Torornament. Das passt nicht zufällig. Das ist nicht vollständig. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach, um wahr zu sein. Okay, dann... Ähm... Die Truhen sind fest verschlossen. Kann ich da irgendwas machen? Und da muss ich... Da brauche ich nix. Okay. Dann gehen wir zum Turmfuß. Muss ich bekämpfen? Wahrscheinlich. Durch Ziellinien. Okay. Oh, jetzt wird es immer komplizierter hier. Großartig. Wie mache ich denn das jetzt? Wie mache ich denn das jetzt? Ähm... Da hin? Ich darf jede Linie nur einmal ziehen. Das ist aber schwierig an der Stelle. Ich glaube, ich hätte oben anfangen sollen, ne? Ja, ich hätte oben anfangen sollen. Nochmal. Ich muss hier anfangen und hier aufhören, glaube ich. Das Wasser ist ein bisschen so. 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 Ne, das geht auch nicht auf. Das geht so nicht auf. Das ist ja doof. Wobei, ja, noch geht das. Ich darf die Linie nur nicht doppelt ziehen, ne? Okay. Fast. Oh man, das wird ja immer interessanter hier. Ähm, ja. Ich weiß noch nicht, ob das hinhaut halt. Ich fange mal hier an und gehe dann da lang. Da lang. Ähm... Äh... Okay. Alter Schwede, das geht ja echt ab hier. Ähm... Da lang? Ähm... Das könnte jetzt komplizierter werden. Kann ich hier lang gehen? Ich bin echt überlegen, ob das nachher so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Puh. Ich glaube, das wird schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, so haut das nicht hin. Da hin. Da hin. Das ist ein Problem. Da unten die Linie kriege ich nicht. Das haut nicht hin. Ich kann nur nach oben oder nach unten jetzt. Da muss ich nochmal gucken. Hm, wie mache ich denn das jetzt? Ich darf die ja nur doppelt nutzen hier. Das haut aber auch nicht hin. Kann ich das so machen? Geht das so? So. So. Da lang. Ne, die linke Seite oben geht, glaube ich, nicht mehr. Das will ich hinhauen. Ich kriege das wieder nicht zusammen. Hm. Das ist jetzt aber doof. Noch ich das am Geschicktesten, wenn ich hier lang gehe. Da lang. Da lang. Ich kann nicht immer überlegen hier, ob das so hinhaut. Das Problem, was ich hier habe, ich muss eigentlich durch das lange Stück zurückgehen. Na, da lang. Da lang. Das passt immer noch nicht. So wäre perfekt. Und jetzt muss ich das lange Stück hier noch gehen, aber das haut nicht hin. Ich würde nämlich hier lang gehen. Ne. Jetzt kann ich nur da lang gehen. Da fehlt ein Stück. Wenn ich hier lang gehe. Gehe dann da lang. Gehe dann hier lang. Und dann hier rüber. Wird das so hinhauen? So. Oh. Jetzt. Da lang. Dann da lang. Da rüber. Jetzt. Jetzt. Okay. Tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen leiser gewesen. Ich musste gerade erstmal überlegen. Das haut manchmal nicht ganz hin. So. Was haben wir hier? Äh. Ich kann die Kette nicht bitte... Äh. Nicht ohne das richtige Werkzeug brechen. Okay. Was ist das hier? Krug. Es sieht so aus, als hätte jemand ein paar Steine entfernt. Da ist was drin. Ich komme nicht dran. Das Loch ist zu klein. Okay. Das ist ein Abfluss. Hm. Was haben wir hier? Öffne den geheimen Eingang und finde Randall. Ich habe aber leider nicht genug hier. Ich brauche noch zwei Teile. Den geheimen Eingang hat dennoch was dabei. Da hast du einen Schlüssel. Können wir den Schlüssel hier benutzen? Ne. Das ist ein Pferdschlüssel. Ein Wachenschlüssel. Ist hier noch irgendwas, was wir klicken können? Bestimmt. Da oben. Ähm. Da ist was drin. Da komme ich nicht ran. Ritterschlüssel. Ich muss immer mal eine schlaue Karte benutzen. Ja. Da oben ist nichts mehr. In der Treppe ist noch was. Schwert habe ich jetzt gerade nicht. Kann ich hier noch irgendwas machen? Den muss ich sauber machen. Da fehlt ein Teil. Eine Handflächenscheibe. Da ist noch ein Teil. Da komme ich nicht ran. Hier müsste noch ein Schwert rein. Ich muss dich austricksen, indem ich was zu essen gebe. Aber ich habe nichts zu essen. Kann ich dich damit tricksen? Nein. Da ist noch irgendwie ein Totenkopfteil oder sowas. Und da fehlt ein Schwert. Ein Schwert fehlt. Ich kann hier immer noch was machen. Die Frage ist, was kann ich hier machen? Äh. Die Truhen sind fest verschlossen. Kann ich den Schlüssel benutzen? Jetzt ja. Okay. Ich kann die Truhe nicht ohne den richtigen Einsatz öffnen. Was brauchen wir denn da? Den hier? Nee. Die passt nicht. Eine Säge. Es ist so aus, als hätte der Stier sein Horn verloren. Okay. Da fehlt der Einsatz. Der gehört hier nicht. Ich dachte gerade, der gehört da nach hinten. Das sieht so ein bisschen so aus. Aber das scheint wohl was anderes zu sein. Hm. Da gehört wahrscheinlich dein Kopf oder ein Gesicht hin, würde ich sagen. Tja. Haben wir hier noch irgendwas was machen können? Ich glaube nicht, ne? Doch. Hier können wir noch was... Achso, der Topf. Okay. Jetzt kommt die Zange zum Vorschein. Die Zange kann ich oben gebrauchen, glaube ich. Hier. Nicht? Darf ich dich benutzen? Okay. Da muss noch was rein. Da muss ich nochmal schauen. Hm. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Ich muss erst mal ein bisschen suchen. Und ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.